Rekordmodus der DAX. Wir haben jetzt heute im Heiko Themenclub etliche Hörer, die die Frage stellen, wie lange kann das eigentlich noch weitergehen? Heiko, wird die Luft dünner und die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur größer? Korrektur nein, aber Konsolidierung, das heißt zwischen drei bis sieben Prozent, wir haben das im Detail diskutiert, ist das, was ich erwarte in den nächsten vier bis fünf Monaten, wobei diese Konsolidierung Korrektur nicht schon jetzt beginnen muss. Bis Ende April läuft ja die stärkste Börsenphase von November aus, nicht wahr, die eigentlich die gesamten Jahresgewinne immer darstellt in den USA, zumindest seit 1950, da geht es noch ein bisschen weiter, aber dann in den Sommermonaten zwischen Mai bis September werden wir auch mal ausatmen, dann müssen wir das mal verkraften, was wir haben, aber dann kommen die ersten Leitzinssenkungen hinzu, also es passiert eine ganze Menge, deswegen also die 19.000 Marke könnten wir sogar schon in den nächsten Wochen und Monaten sehen, das war ja mein Jahresziel, um dann nochmal auf die 18.000 Marke zurückzukommen und vielleicht auch in die Nähe der 17.000 Marke zu kommen, aber die 17.000 Marke selbst müssen wir nicht unbedingt unterschreiten, das nur nebenbei. Nach oben hin hatte ich ja mein Ziel auch etwas erhöht auf 20.000, also das ist durchaus denkbar in diesem Jahr, komme da in die Nähe von dem, was mein Freund Hans Bernecker zum Beispiel als Jahresziel am Jahresanfang nannte ich hier, dass wir ein bisschen optimistisch jetzt hier, halte ich jetzt für realistisch. Also kurzum, passiert einiges, aber wir brechen nicht ein, das nicht, Crash gibt es gar nicht, das ist nicht zu sehen, es ist alles passiert, ein schwarzer Schwan, den man im Vornherein nicht diskutieren kann und wir bleiben sehr konstruktiv, haben ja auch viele Werte diskutiert, einen Wert, den wir nicht genannt haben persönlich, aber über das China-Modell, was ich besprochen hatte, ist die BYD, die ich nochmal empfehlen würde, hier direkt in dieser Ansage, halte ich hier um die 23 bis 24 Euro nach wie vor für Anlagenswert, also mit als Beimischung, die man als Einzelwert nehmen kann. Wir hatten ja dann auch andere chinesische Werte besprochen. Es war vieles drin, was wir mitgemacht haben und noch eine Sache zum Schluss, die mir jetzt im Rücknachdenken auffällt, wenn man so fragt, wie viele Werte sollte man haben, man kennt es, die 30 Werte, die wir gesagt haben Position, das Wichtigste ist, dass man kein Klumpenrisiko hat. Man sollte nicht plötzlich sagen, ich kaufe nur Werte, die in einem Sektor drin sind. Bitte achtet darauf, dass ihr gestreut seid und bei der Streuung eine normale Gewichtung habt. Also insofern ist die Aufstellung, soweit global betrachtet, ob das jetzt Deutschland, Europa, Amerika, China ist oder auch Japan, sind die Punkte, die wir angesprochen haben und dann eben auch sehen, dass man nicht in einem Sektor nur ist. Also wir sind nicht jene, die sagen, die glorreichen Sieben muss man haben, sondern klar, da wäre ich etwas skeptischer. Ich habe sogar eine Leerposition, wie man gehört hat, in Tesla. Heiko, vielen Dank. Ja und wir treffen uns gleich wieder am Wochenende in Wien zum Börsentag und wer Heiko Thieme erleben möchte, der müsste sich bitte anmelden, heiko-thieme.club, da verlinkt es und auch auf börsentag.at. Der Vortrag ist kostenfrei. Wir müssen sich einfach nur kurz registrieren. Samstag im Austria Center in Wien, Vienna. Heiko, ich danke dir. Dankeschön und ich freue mich wieder auf Wien. Wien ist für mich eine spezielle Stätte, die ich immer sehr gern sehe, zumal ich auch ein leidenschaftlicher Esser des Tafelspitzes bin.